Wie entscheide ich mich für ein Lebensziel und entwickle eine Persönlichkeit, um dieses Ziel zu erreichen? Deine Träume, Ziele und Aspirationen. Es ist gut, dass du etwas mehr Zeit damit verbringst und siehst, wird dir das wirklich auch nach 25, 50 Jahren noch etwas bedeuten? Wenn du dich auf deinem Sterbebett befindest, wird es dir dann immer noch etwas bedeuten. Du musst es betrachten. Was auch immer du anstrebst, von was auch immer du träumst, was auch immer du dir als Ziel gesetzt hast, wird es etwas bedeuten, weil die meisten dieser Ziele fallen sind. Sie sind nur Fallen. Du läufst hinein. Es ist eine Einbahnstraße. Du kannst nicht zurückkehren. Ich möchte, dass du es dir anschaust, denn viele von ihnen sind älter als du. Du fragst sie, was sie mit 18 geträumt haben. Sie haben Glück, dass es nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja oder nein? Wenn alles, was du dir wünschst und wovon du geträumt hast in deinem Leben, in Erfüllung kommen würde, könntest du damit leben. Glücklicherweise wurden viele dieser Dinge gefiltert und sind nie wahr geworden. Also, es wird sehr gut sein, wenn jemand deines Alters, wenn sie die Ziele ihres Lebens bestimmen und festlegen wollen, wird es sehr gut sein, wenn sie eine Pause von allen Einflüssen nehmen, die sie umgeben. Soziale Einflüsse, familiäre Einflüsse, andere Einflüsse, sich irgendwo zurückziehen, und deshalb ein Ashram, sich irgendwo zurückziehen, hinsetzen, meditieren, dich zu einem gewissen Maß an Klarheit und Freude zu bringen. Wenn du sehr glücklich und klar bist, musst du entscheiden. Nicht in Verzweiflung setzt man Ziele. Verzweifelte Ziele, die du festlegst, werden dir in diesem Moment viel bedeuten. Morgen früh schaust du hin, du weißt nicht, warum du darin verheddert bist. Es wird also gut sein, wenn du dein Leben in Ordnung bringst, es am besten ist, wenn du sehr, sehr friedlich, fröhlich und klar bist. Ist es nicht so? Unbeeinflusst von allem, was dich umgibt. Einfach alleine sitzen und entscheiden, was du wirklich in deinem Leben werden willst. Was ist für dich von bleibendem Wert? Nicht für jemand anderen, für dich. Und du musst dafür keine Persönlichkeit gestalten. Du strebst danach, die notwendige Persona wird kommen. Du musst verstehen, was eine Persönlichkeit ist. Das Wort Persönlichkeit kommt vom Wort Persona. Persona bedeutet auf Griechisch oder auf Latein, es tut mir leid. Es ist eine Maske. Das ist eine Maske, die sie in alten Theatern gewöhnlich benutzten. Nun werden die gleichen Leute zahlreiche Rollen spielen. Sagen wir, Ramayan wird aufgeführt. Du musst auch Ramas Rolle spielen und Sita auch und Lakshmans Rolle. Für alles gibt es eine Maske. Du hältst diese Maske und sprichst wie Rama. Entferne sie. Halte diese Maske und sprich wie Sita. Halte, entferne sie. Halte das und sprich wie Hanuman und entferne sie. So wurden die Stücke gespielt. Es sind also diese Masken, die als Persona bezeichnet wurden. Also Persönlichkeit bedeutet, du setzte eine Maske auf und die Maske klebte an deinem Gesicht fest. Du konntest sie nicht runterziehen. Das heißt, du hast eine Persönlichkeit. Persönlichkeit ist etwas, das die Menschen zu entwickeln versuchen, weil sie kein Gefühl des Seins haben. Anstelle der echten Sache versuchst du die vorgetäuschte Sache zu konkretisieren. Wenn du mit deinem Sein in Kontakt bist, warum willst du eine Persönlichkeit? Sie ist nicht nötig. Du kannst eine verschiedene Art von Persönlichkeit an verschiedenen Orten sein. Du bist eigentlich bereits. Oder steckst du mit einer Persönlichkeit fest? Manche Menschen sind es. Menschen, die im Kopf simplistisch gestrickt sind, haben nur eine Persönlichkeit. Andere haben unterschiedliche Persönlichkeiten in verschiedenen Lebensbereichen, nicht wahr? Wenn du mich zuvor gesehen hättest, wie 1999, das ist vor der Konsekration des Dianalingas, Ich war eine völlig andere Person, okay? In einem solchen Ausmaß war alles an mir so anders. Lange vorher passierten Dinge, die über mich hinausgingen, aber dies war bewusst. Zu dieser Zeit war ich auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet. Ich hielt mich auf eine bestimmte Art und Weise. Danach also, ich dachte nie, dass ich darüber hinaus leben werde. Aber irgendwie geschahen Dinge. Dann dachte ich, okay, jetzt da die Arbeit vorbei ist, lass mich meine Persönlichkeit ändern. Komplett. Um dies zu erreichen, hatte ich eine gewisse Art von Persönlichkeit erworben. Und jetzt, da es vorbei ist, dachte ich, lass es mich ändern. Und ich sagte den Leuten um mich herum, ich werde meine Persönlichkeit ändern. Seid nicht schockiert, ich bin doch immer derselbe Kerl. Sie sagten, kein Problem, dies, das, jenes. Ich sagte, bleibt einfach dran. Denn die Dinge werden sich ändern. Alles an mir wird sich ändern. Die Weise, wie ich arbeite, wird sich ändern. Die Art, wie ich spreche, wird sich ändern. Die Weise, wie ich mich kleide, wird sich ändern. Die Art, wie ich alles tue, wird sich ändern. Sie sagten, kein Problem, wir kennen dich, wir lieben dich und dies und das. Ich sagte, das ist okay, haltet euch fest, denn wenn sich Dinge ändern, fallen Leute ab. Viele Leute fielen ab, weil sie nicht glauben konnten. Wo ist diese Person, die sie kannten? Diese Person ist gerade verflogen, wisst ihr? Dies ist eine neue Person. Sie können sich nicht mit dieser neuen Person identifizieren. Ich sagte es ihnen und veränderte mich. Trotzdem, sie fielen ab. So viele von ihnen. So viele von denen, die mir sehr lieb waren und mir sehr nahe standen, sie fielen ab, weil ich mich so dramatisch veränderte und ich sagte es ihnen, ich werde mich ändern. Weil eine Phase der Arbeit vorbei ist, ist es jetzt an der Zeit, meine Persönlichkeit zu ändern. Die Art, wie ich aussehe, wie ich mich kleide, wie ich spreche, die bloße Weise, wie ich bin, alles an mir. Ich ändere sogar, welches Essen ich mag. Ich ändere meine Persönlichkeit, also dachte ich, werde mein Essen auch ändern. Persönlichkeit ist also etwas, das du angenommen hast. Aber du bist dir darüber so unbewusst geworden, dass du denkst, dass es real ist. Du fragst, wie sie zu entwickeln ist. Das heißt, dass du sie dir ausdenkst, richtig? Ein anderes Wort für entwickeln ist Ausdenken, nicht wahr? Du denkst sie dir aus. Denk sie dir aus, wie auch immer sie für deine Art von Aktivität geeignet ist. Aber du musst in der Lage sein, sie abzulegen. Wenn sie an deinem Gesicht kleben bleibt, dann wird es elend. Dann wird alles Leiden zu dir kommen. Du kannst jede Art von Persönlichkeit annehmen. Aber wenn du sie ablegen möchtest, musst du sie ablegen können. Da gab es einen Weisen. Er war so weise. Die Leute gingen zu ihm und Scharen versammelten sich. Dann ging der König zu ihm und der König sah, so ein weiser Mann sollte an seinem Hof sein. Also sagte er dem Weisen, du musst kommen und mein oberster Minister werden. Denn ein weiser Mann wie du sollte nicht unter einem Baum sitzen verschwendet sein. Du musst nützlich für die Menschen sein. Der Weise sagte, schau, das ist in Ordnung, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir ein Zimmer in deinem Palast geben, wo ich jeden Tag eine Stunde verbringen werde. Du solltest niemals in diesen Raum gucken. Du sollst mich nie fragen, worum es da geht. Du sollst niemals einbrechen. Nichts. Dieser Raum sollte von dir selbst, deinen Dienern, deinen Geheimagenten und allen anderen unerforscht bleiben. Der König dachte, das ist kein Problem. Was ist das Problem bei mir? Du willst dein Zimmer, warum will ich in dein Zimmer schauen? Nimm es. Dann, wann auch immer, irgendein wichtiges Treffen kommt. Dieser Mann, der ein weiser ist, jetzt ist er ein Minister geworden, so trägt er eine angemessene Kleidung für den Palast. Aber er geht in diesen Raum und schließt sich eine Stunde lang ein und kommt heraus. Einige Monate und Jahre vergingen. Aber dann danach, des Königs Neugierde, weißt du, sie brachten uns sogar zum Mars. Er will wissen, was zur Hölle er darin tut. Also gingen überall Gerüchte los. Oh, er tut etwas, er hat jemand drin. Vielleicht ist er ein feindlicher Agent. Er landete plötzlich hier. Was macht er dort? Was macht er dort? Jeder, der ganze Palast, fing an, damit herumzuschwirren, was er in diesem Raum macht. Jeder will sehen, was in diesem Raum ist. Aber er ist immer abgesperrt. Er geht hinein, verbringt Zeit dort und kommt heraus. Besonders, wenn etwas Wichtiges zu tun ist. Er geht rein. Alle Arten von Gerüchten entstanden. Also, eines Tages, der König konnte sich nicht mehr halten. Der König fragte diesen Mann, ich will sehen, was in diesem Raum ist. Er sagte, na ja, es gibt ein Versprechen, das du mir gegeben hast. Wenn du das Versprechen brichst, werde ich gehen. Also hielt er sich zurück. Er will den Mann nicht verlieren. Er ist zu weise. Und dann, sein anderer Höfling fängt an zu reden. Wie kannst du das zulassen? Wir wissen nicht, was darin passiert. Es könnte gefährlich sein. Es könnte dies sein. Es könnte das sein. Eines Tages, als er nicht da war, brachen sie die Tür auf und gingen hinein. Sie sahen sich um. Der Raum ist leer, keine Möbel. Nein, nichts. Nur leerer Raum. Sie schauten. Nichts. Was macht ihr hier? Dann in einer Ecke sahen sie sehr, weißt du, abgetragene Kleidung. Dort hängen und eine Bettelschale. Sie gingen. Sie konnten nicht verstehen, was das ist. Dann kam er herein. Er sagte, Nun, du wolltest sehen, du hast gesehen. Der König fragte, Was machst du hier? Er sagte, Wann immer ich eine wichtige Entscheidung treffen will, komme ich hierher, trage meine abgenutzten Kleider und sitze mit einer Bettelschale. Natürlich weißt du, dass ich nicht mit all den Dingen des Palastes verwickelt sein will. Ich will nicht, dass meine Weisheit in dieser Kleidung und all diesem Schmuck und diesem Zeug verloren geht. Also komme ich hierher, trage diese Kleidung, sitze mit meiner Bettelschale, treffe die Entscheidungen und komme dann heraus. Jetzt hast du das Versprechen gebrochen und er ging. Also, das ist, was Meditation für dich ist. Jeden Tag, wenn du sitzt, nimmst du dich auseinander. Du musst dabei gar nichts tun, wenn du da einfach sitzt. Sieh, alles, was ausgedacht ist, braucht ständige Unterstützung von dir, oder nicht? Schau, angenommen, du erzählst eine Lüge. Sie braucht ständige Unterstützung, um aufrechterhalten zu werden, oder nicht? Aber wenn etwas wahr ist, du kannst es sogar vergessen, aber es ist noch da, oder nicht? Du verstehst, was ich sage? Wenn etwas wahr ist, auch wenn du es vergisst, es ist noch da, kein Problem. Aber wenn es eine Lüge ist, musst du sie aufrechterhalten. Deine Persönlichkeit ist eine Lüge, dein Sein, deine Existenz, die ist die Wahrheit. Du musst diese nicht aufrechterhalten, diese wird sowieso da sein. Was du dir ausdenkst, der Gesellschaft zuliebe, um in der Gesellschaft zu funktionieren, du brauchst eine bestimmte Art von Make-up. Du musst in der Lage sein, es abzulegen. Wenn du voller Make-up ins Bett gehst, dann stimmt etwas nicht mit dir. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020